Hey meine Lieben, heute zeige ich euch, was ich in dem letzten halben Jahr geshoppt habe und zwar an Make-Up. Das habe ich auch letztes Jahr von Januar bis Juni gemacht und das hat euch super gut gefallen. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch, was Mama geshoppt hat. Fange ich mal mit den Sachen an, die ihr schon kennt und zwar einmal die Modern Renaissance Palette. Dazu habe ich auf Instagram super viele Looks geschminkt. So schaut das Prachtstück aus. Das ist eine permanente Palette, das heißt, die bekommt ihr sogar noch bei Anastasia und Sephora. Dann ist noch dazu gekommen die Make-Up by Mario Palette von dem Make-Up Artist Mario Dadovanovic. So spricht man, glaube ich, seinen Nachnamen aus. Dazu habe ich auch schon ein Tutorial gemacht und zwar habe ich da die Kati geschminkt, die Domino-Kati. Das Video verlinke ich euch in die Infobox. Und ich hatte letztens noch in einem Video auch einen Look getragen mit dieser Palette. Da wolltet ihr auch ein Tutorial dazu. Das habe ich nicht gemacht, weil es eigentlich derselbe Look ist wie der, den ich bei Kati geschminkt habe. Nur ein bisschen weniger intensiv. Zu der Qualität der Paletten muss ich nicht mehr viel sagen. Die sind der Hammer. Wer meine Jahresfavoriten verpasst hat, kann der da gerne nochmal reinschalten. La Mer ist ja mit einer neuen Foundation rausgekommen. Ich habe ja schon die Treatment Foundation und dann kamen sie mit der The Soft Fluid Longwear Foundation. Die finde ich auch richtig gut, aber die ist super, super pricey. Und weil mich die Foundation so sehr gereizt hat, also weil sie mir so gut gefallen hat, habe ich dann dazu noch das Puder gekauft und zwar La Mer The Powder. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Puder. Das Puder an sich ist so ein bisschen peach-tönig und also es ist nicht ganz transparent so wie das Laura Mercier Puder zum Beispiel. Das hat halt so einen Peach-Ton, was einfach super auf der Haut ausschaut, ohne dass es Farbe abgibt oder die Foundation ändert. Und da ist so ein bisschen Schimmer drin, was ich unfassbar schön finde. Das heißt, wenn man sich sein Gesicht damit zettet und ich liebe auch diesen Powder Puff, der dazukommt, dann ist das Gesicht nicht flach-matt, sondern hat so ein bisschen Dimensionen, aber ohne dass es ausschaut, als würde man Highlighter oder so tragen. Auch das habe ich schon in ein, zwei Videos getragen. Also klickt euch einfach mal durch die Videos durch. In dem halben Jahr ist auch dazu gekommen ein Lippenstift von MAC und zwar die Lip Tensity Reihe. In der Farbe Dough, das hatte ich auch in meinem Jahresfavoriten-Video gezeigt. Das ist so ein Lippenstift, der eher so in dieses peachige geht. Also ein schöner Alltagston finde ich persönlich. Dann habe ich hier noch zwei Eyeliner von Urban Decay. Auch die habe ich in meinem Jahresfavoriten-Video gezeigt, weil die einfach super sind. Und Fireball, das ist das hier, das trage ich auch als Lidstrich. Also wie ihr sehen könnt, das macht echt was her, wenn man mal so ein bisschen Farbe hat auf dem Auge. Deswegen mussten die auf jeden Fall mit. Und dann brauchte ich dringend eine neue Mascara. Und da habe ich mir gekauft aus der Drogerie von Maybelline Yade der Falsies Push-Up Drama Mascara in Waterproof. Die finde ich leider sehr, sehr schlecht. Ich benutze sie zwar und versuche sie auch aufzubrauchen, aber die tuschen meine Wimpern katastrophal. Also die hält zwar richtig gut, aber die ist so super flüssig, habe ich das Gefühl. Und dadurch, dass ich eine Wimpernzange benutzen muss, habe ich das Gefühl, wenn ich dann die Wimperntusche benutze, dass die Wimpern dann so verkleben und in alle, also ganz, ganz komisch. So eine Mascara hatte ich noch nie. Zu dem Pinsel habe ich in meinen Jahresfavoriten auch schon was gesagt. Und zwar ist es von Charlotte Tilbury, der Sculpt & Powder Brush. Den liebe ich. Das ist der beste zum Konturieren. Dann hatte ich mir noch einen Pinsel gekauft von MAC und zwar der 137. Das ist so ein sehr fluffiger Pinsel, der ja unten dünn ist und oben fluffiger wird. Und damit trage ich gerne Bronzer auf, Blush und Highlighter. Also ich benutze den halt für super viele Sachen oder wenn ich mir Puderreste aus dem Gesicht wegfege, damit kann man halt super viel im Gesicht machen und arbeiten, weil der halt einfach sehr, sehr, der ist sehr locker, gar nicht hart, super weich. Deswegen kann man damit Puderprodukte sehr, sehr gut auftragen. Dann hatte ich mir noch einen Pinsel gekauft von MAC und zwar der 224. Das ist ein ganz normaler Blendepinsel. Ich wollte mal, ich benutze ja mal den Sigma E40 und ich wollte mal sowas ähnliches benutzen. Deswegen hatte ich mir den von MAC hier gekauft. Finde ich nicht schlecht. Der ist allerdings ein bisschen fester und doch nicht so dick und breit wie der E40, den ich sonst benutze. Aber Blendepinsel, girl, davon kann man nicht genug haben. Da wir ja bei Blendepinseln sind, habe ich hier noch einen gekauft von Zueva, der 224. Das ist auch ein Blendepinsel, aber sehr schmal, wie ihr sehen könnt. Der ist halt super, um wirklich in der Lidfalte zu arbeiten. Oder wenn man die Farben in der Lidfalte schon hat, aber noch sauberer arbeiten möchte, dann kann man halt richtig schön nochmal rübergehen ohne Farbe, um wirklich alles richtig auszublenden. Dann noch ein Produkt, was ihr auch schon aus anderen Videos kennt und ich habe auch schon ein First-Impression-Video dazu gemacht, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Das ist die Hourglass Stick Foundation. Auch die liebe ich. Dann hatte ich noch ein First-Impression-Video zu den neuen Kat von D-Lockit Foundation, nicht Foundation, sondern Concealer gemacht. Da habe ich ja drei Farben gekauft. Auch da verlinke ich euch in die Infobox, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Ihr wisst, dass ich Pigmente, Glitter richtig liebe und deswegen hatte ich mir von MAC eine Farbe gekauft, die hat mir so gut gefallen. Damit habe ich auch schon ein Make-Up-Tutorial gemacht und zwar Pink Metallic Eye Make-Up-Tutorial heißt das Video, glaube ich. Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in die Infobox. Das ist ein Pigment von MAC in der Farbe Rose. Und dann habe ich noch hier ein Reflects in der Farbe Copper. Also dazu habe ich auf Instagram so ein kleines Video gemacht. Das verlinke ich euch auch in die Infobox. Also wenn ihr mir auf Instagram nicht folgt, ich benutze super viele Sachen. Halt auf Instagram oder zeig die da, ne? Instagram, Partysch mit. Manchmal, wenn ich Make-Up-Look schminke und dann zum Beispiel Schimmerfarben nehme, dann drücken die sich hier so ab, so wie bei dem hier jetzt gerade, wenn ihr das erkennen könnt. Das stört mich. Manchmal stört mich das sehr. Und dann habe ich mir dafür das Mixing Medium von MAC gekauft, weil das ja sehr gut die Schimmersachen halten soll. Habe ich einmal kurz ausprobiert. Da fand ich, hat das auch gut gehalten. Heute habe ich es bei dem Look nicht gemacht. Da habe ich ganz normalen Paint-Pod benutzt. Aber hier bin ich noch am Austesten. Also ob das dann wirklich so gut ist, dass es sich hier nicht mehr abdrückt. Ich bin gespannt. Dann hatte ich von MAC noch diesen Shine und zwar Mixing Medium in Shine gekauft. Das ist halt super, wenn man zum Beispiel solche Pigmente nimmt und dann das mischt. Dann kann man sich das auf die Lippen geben. Und dann hat man zum Beispiel Metallic Lips oder so. Also dadurch, dass ich ja gerne mit Produkten spiele und auch für ganz andere Dinge nutze, als für was sie eigentlich sind. Hat das gerade Sinn gemacht? Mag ich solche Spielereien halt total gern. Aus der Drogerie habe ich gekauft eine Palette und zwar von Trended Up. Face Contouring Palette. Hier ist ein Highlighter drin, ein Bronzer und ein Contour-Puder. Und dazu möchte ich ein ganzes Video machen, weil ich das gesehen habe, als ich so die Standardsachen gekauft habe, Klopapier, Spülmittel und so. Dann dachte ich, ach guck mal, was die so beim Make-up haben. Und dann hat mich das hier voll gereizt. Und ja, da möchte ich gerne ein Video zu machen. Und als die erste, also eine DM-Filiale, da gab es eine Eröffnungsparty für NYX, weil die ja dann in die Drogerie gekommen sind. Da waren wir in Berlin dann eingeladen zu der Eröffnung. Da habe ich mir dann gekauft zwei Liquid Sweats in der Farbe Sandstorm. Das ist der hier. Ich kann den mal swatchen. So schaut Sandstorm aus. So ein schöner, moviger Ton, finde ich. Nicht ganz movig, aber ja, so ein dunkler Nude-Ton, würde ich sagen. Und die andere Farbe heißt Soft Spoken. Das ist auch ein Liquid Sweat. Soft Spoken schaut so ein bisschen aus wie, ja, ich würde sagen, so ein Alt-Rosa. Ein bisschen dunkler vielleicht. Zu den Liquid Sweats hatte ich mir auch noch zwei Lip Liner gekauft. Und zwar Nude Beige. Nude Beige ist so ein bisschen wie Strip Down von MAC. Vielleicht einen Zacken heller, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Das ist der hier. Ist halt super für den Alltag, ne? Wenn man zum Beispiel den aufträgt und dann einfach so ein Lipgloss oder so. Super easy. Und die andere Farbe, die ich gekauft habe, war Soft Brown. Das ist, der wirkt neben Nude Beige fast orange, würde ich sagen. Fast peachig. Bei MAC habe ich mir noch einen Pinsel gekauft. Und zwar der, ganz schön viel MAC. Okay. Und zwar der 242. Den habe ich mir extra gekauft, um halt besser mit dem Mixing Medium zu arbeiten. Und wenn ich so Schimmerlidschatten auftragen möchte, dann wollte ich halt so einen Pinsel und es dann ansprühen. Das Einzige, was mir hier aufgefallen ist, ist, dass der hier an den Seiten unfassbar ausfranst. Was mich sehr, sehr stört. Ich glaube, dass ich diesen hier reklamieren werde und einen neuen dafür haben möchte, weil das fliegt in alle Richtungen. Hat mich sehr enttäuscht. Dann hatte ich mir von MAC noch diesen Spatel gekauft extra für die Pigmente, weil ich jetzt so viele habe. Dann kann man damit halt einfach sorgfältiger arbeiten. Das heißt, man muss die Pigmente nicht irgendwo hinkippen, sondern kann hier mit der Schaufel so viel nehmen, wie man haben möchte. Und dann kann man hier mit dem Mixing Medium, man muss da nicht mit dem Finger rein, sondern kann dann mit der Spatelseite in das Produkt rein. Meine Schwester war in dem letzten halben Jahr 2016 in London. Und da habe ich mir von ihr zwei Lacke gewünscht. Und zwar von Smith & Colt. Einige von euch werden sicherlich wissen, dass ich die Lacke liebe. Und da habe ich mir die Farbe gewünscht. Kings End, ja, keine Ahnung. Das ist halt ein blauer Ton. Das hatte ich bei der Tati gesehen. Die hatte in einem Video richtig royal blaue Nägel. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich überall nach so einem blauen Nagellack gesucht habe. Und dann bei Smith & Colt fündig geworden bin. Das heißt, das habe ich mir von meiner Schwester mitbringen lassen. Und dann nochmal Bitter Buddhist. Das ist so ein Mint-Ton, würde ich sagen. Nicht ganz mintig. So ein Pistazienton mit einem Touch mint. Also ich, die haben so tolle Farben. Ich hatte mir noch bei Lily Lashes Wimpern bestellt. Und zwar gleich sechs Stück. Die pinken sind die im Style Kaviar. Ich kann euch ein paar Fotos in die Infobox verlinken, wo ich die Wimpern trage auf meinen Instagram-Bildern. Das sind... Hallo, die sind krass. Die liebe ich über alles. Dann habe ich mir noch bestellt zweimal Miami. Ihr wisst, dass ich die mit den Kaviar zusammen über alles liebe. Und dann noch einmal in dem Style Caramel. Die habe ich noch nie ausprobiert. Also von denen hatte ich keine. Und ich war immer gespannt, wie die ausschauen. Deswegen habe ich mir einmal Caramel mitbestellt. Ich muss nur hier sagen, das sind Echthaarwimpern. Also von einem Nerz. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich Echthaarwimpern nicht mehr tragen möchte. Das hatte ich halt davor noch bestellt. Aber ich habe zu den Echthaarwimpern... Klar, die werde ich jetzt alle aufbrauchen. Aber eine sehr gute Alternative gefunden. Und zwar von Tarte. Die sind mit neuen Wimpern rausgekommen. Die Goddess, die hatte ich auch in meinem Jahresfavoriten-Video jetzt gezeigt. Und auch in einem anderen Favoriten-Video. Und immer, wenn ich die trage, wurde ich gefragt, hat die, welche sind das? Das sind die in dem Style Goddess. Das sind keine Echthaarwimpern. Und davon habe ich mir gleich fünf Stück auf Vorrat bestellt, weil die einfach der Hammer sind. Mein Marc Jacobs Primer ist ja alle gegangen. Deswegen musste ich mir einen neuen bestellen. Der ist nagelneu, noch nie ausgepackt. In einem halben Jahr kommt echt viel zusammen, finde ich. Und wenn man dann aber guckt, wie viel das ist und was dann für eine Summe rauskommt, dann denke ich mir so... Nie im Leben. Aber Make-up ist teuer. Okay, machen wir weiter mit meiner Sephora-Bestellung. Und zwar... Achso, die Tarte-Wimpern habe ich bei Sephora bestellt. Die bekommt ihr aber bei Tarte auf der Seite selber. Aber weil ich auch ein paar Sachen bei Sephora shoppen musste, habe ich direkt gleich alles da bestellt. So wie den Marc Jacobs Primer. Und als ich bei Sephora gestöbert habe, da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Die haben jetzt It Cosmetics. Nur ein Make-up-Liebhaber kann diese Moves verstehen. Wenn es bestimmte Marken gibt. Und zwar habe ich von It Cosmetics Your Skin But Better CC Plus. Da schwärmen die Amis ja wirklich... Egal, wem du guckst, super viele schwärmen davon, dass es ja das Ding sein soll. Ich habe die Farbe Light genommen. Und hat einen Lichtschutzfaktor von 50 plus. Was richtig krass ist. Also ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und wie ihr sehen könnt, es ist noch in der Verpackung. Es ist auch erst angekommen. Da bin ich mega gespannt, ob die Amis mich nicht angelügt haben. Dann, ihr wolltet von mir immer... Wirklich, ich habe es überall gelesen. Instagram, Snapchat, YouTube. Hatti, du musst eine Review zu den Anastasia Beverly Hills Stick Foundations machen. Die Sache ist, die habe ich nicht gekauft. Einfach aus dem Grund, weil sie extra gesagt hat, also die Norena, dass die Stick Foundations für Leute mit öliger Haut sind. Ja, also... Und ich habe trockene Haut. Also weiß ich, dass die Stick Foundation auf meiner Haut einfach nur ganz schlimm ausschauen wird. Es wird wahrscheinlich trockene Stellen extrem hervorheben. Es wird wahrscheinlich nicht gut sitzen. Und, und, und. Deswegen habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich will jetzt nicht Geld für ein Produkt ausgeben, wo ich schon vorher weiß, das wird für mich nicht funktionieren. Und ich hatte jetzt schon Pech mit der HD Foundation, Stick Foundation von Make Up For Ever und die über 70 teure Tom Ford Stick Foundation. Ich bin froh, dass meine Hourglass Stick Foundation funktioniert. Deswegen war ich da so, nee, wenn ihr ölige Haut habt, dann probiert es halt aus. Oder auch nicht. Ich kaufe es nicht, weil das für mich halt nicht funktionieren wird. Aber ich habe mir gekauft die Konturfarben davon von den Stick Foundations. Und zwar einmal die Farbe Shadow und einmal die Farbe Fawn. Da bin ich mega gespannt. Also, wenn ihr zu irgendeinem Produkt, wie gesagt, ein First Impression oder so wollt, dann... Und ein Produkt, worüber ich mich sehr freue. Ich habe Monate... Also, es ist ein Make-Up Artist, den ich sehr, sehr lange schon verfolge. noch bevor sie überhaupt anfing, Niki Tutorials oder so irgendwas zu schicken. Und ich habe ihr sogar mal geschrieben und sie hat sogar darauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob das heute noch passieren würde, aber das ist... Und zwar ist es Natascha Denona. Sie ist ja mit mehreren Paletten rausgekommen. Ihre Paletten sind unfassbar teuer. Aber wenn man auf einen Lidschatten runterrechnet, ist es, glaube ich, sogar billiger als ein MAC-Lidschatten, ein einzelner. Und die sind halt einfach viel besser. Als ich auf den iMats war, hatte sie auch einen Stand und habe sie da gesehen und die ganzen Produkte. Und es war mir leider echt zu teuer. Aber diesmal habe ich mich durchgerungen und habe die Star-Palette gekauft. Ich zeige euch mal, wie die ausschaut. Also die Verpackung schaut so aus. Hier sind so gestanzte Sterne drin, ihr Name und der Name von der Palette. Und das ist so ein Kunstleder in so einem Silber-Gold, würde ich sagen. Ganz Gold ist es nicht, ganz Silber auch nicht. Es könnte auch noch Champagner heißen. Ein Mann kommt gerade auf die Idee und sagt, es könnte auch Champagner heißen. Könnte, weiß ich aber nicht. Ich kann sie ja anrufen. Hey Natascha, siehst du, geht's dir gut? Ja. Wie heißt denn dein Cover? Also man macht die Palette auf, dann ist hier halt ein Spiegel und dann ist hier eine Folie, wo die Namen von den Lidschatten draufstehen. Aber man kann es dann so hochklappen und dann hat man hier halt... Oh Gott, ich bin schon wieder mit meinen Fingern rein. Ich muss hier sehr vorsichtig sein. Und ich habe die Farbe hier geswatcht. Hier, ey, das ist ein Lidschatten mit Glitter drin. Als hätte ich einen Lidschatten mit Glitter gemischt. Also der Hammer. Ich will damit, damit und damit einen Look schminken und kann jetzt kaum abwarten. Also wenn ihr Interesse an einem First-Impression-Make-Up-Tutorial mit der Palette habt, dann lasst es mich auf jeden Fall unten wissen. Und ist das nicht ein Prachtstück? Und die Palette, wenn man die schließt, die hat halt einen Supermagneten, ne? Das geht nicht so leicht auf. Oder doch? Das war meine krasse Bestellung von Juli bis Dezember. Also einiges ist echt dazugekommen. Aber ich liebe meine Produkte. Ich bestelle mir halt immer Sachen, die ich liebe und weiß, dass ich sie lieben werde. Also ich habe selten mal was dabei, wo ich sage, haha, leider nicht funktioniert. Hat leider nicht funktioniert. Aber dafür habe ich zum Beispiel auch meine First-Impression. Reihe, wo ich dann halt auch einfach mal Sachen kaufe und sage, hey komm, das möchte ich haben, das möchte ich ausprobieren. Und manchmal sind halt Sachen dabei, die ich dann halt nicht so cool finde. Aber die Sachen, die meisten Sachen habe ich schon benutzt und liebe sie. Und das, was ich noch nicht benutzt habe, mal schauen, was die Zeit uns bringt und sagt. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt noch Fragen zu den Produkten habt, dann stellt sie gerne in den Kommentaren. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Also, wenn ihr ja schon unterern ge sacrif unbeliefidades verstanden seid, Untertitelung des ZDF, 2020